Moin Moin und herzlich willkommen im regnerischen Wald. Es regnet noch immer. Joa, naja. Wir werden aber heute nochmal ein paar Bäume verladen, hatte ich vor. Beziehungsweise würde ich gerne machen. Mal gucken, ob das mit den kürzeren Stämmen besser geht. Oder genauso bescheiden. Ich bin fast der Meinung, es wird besser gehen. Aber das sehen wir jetzt. Jo. Dann können wir... Ich glaube, das Segeberg war ja fast voll. Dann schauen wir gleich mal, ob wir noch ein bisschen was ins Segeberg schmeißen können. Oder ob wir das direkt verkaufen und uns damit die nächsten Investitionen holen können. Also jetzt, auch wenn die Stämme nicht lang genug sind, ne? Sieht das meiner Meinung nach immer noch besser beladen aus als mit den langen Stämmen. Dann machen wir doch einfach weiterhin 6 Meter Stämme. Beziehungsweise ich kriege das einfach mit 6 Meter Stämmen einfacher hin. Anscheinend. Und dann würde ich es auch einfach gerne beibehalten. Ja, einfach mal Zange zu. Mal gucken, was noch alles rausfällt. Na, fallt ab. Fallt ab, fallt weg. Ja. Jetzt sieht das doch wieder einigermaßen ordentlich aus. Dass ich mir hier zusammen gemurmelt habe. Einmal bitte abladen. Gut, fürs nächste Mal weiß ich, dass ich hinten mehr belade. Damit ich vorne ein bisschen mehr frei und Spielraum habe. Das ist aber gar nicht allzu schlimm. Denn der Hänger ist auch schon wieder fast voll. So. Die beiden Streichhölzer noch. La, la, la. Also ich finde, das sieht deutlich besser aus. Also jetzt alleine schon, obwohl das immer noch ein bisschen kreuz und quer liegt. Als vorher. Ist zumindest meine Meinung. Eure Meinung würde mich natürlich auch interessieren. Ob das für euch jetzt besser aussieht oder eher nicht. Dann schiebe ich den leider in die falsche Richtung. Ich hätte gerne beide zusammen gehabt. Beide Baumstämme. Ah, kriege ich nicht hin. Egal. Haben wir ja noch ein bisschen Holz hier liegen. Und da hinten liegt ja auch noch was. So kriege ich die letzte Ladung da jetzt noch rauf oder eher nicht. Ah. Habe ich die Zange leider nicht so. Ich würde auch ganz gerne nochmal anders ranfahren an die Sache. Ich stehe hier so ein bisschen blöd und schräg. Jetzt aber. Nächster Versuch. Wenn ich die Zange nicht dauernd versuchen würde, im Boden zu graben. Beziehungsweise wenn der Boden nachgeben würde, wäre es noch geiler. Also nicht die erhoffte Menge, aber ich habe eine Menge drauf. Ach, was für ein Wortspiel. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Holz drauf. Schmeißen wir noch oben rauf. Was rüberfällt, fällt rüber. Perfekt. Perfekt. Da wollen die Stämme schon von ganz alleine auf den Holzeinhänger. Ich bin begeistert und zufrieden. Jetzt sieht es wieder genauso aus wie bei der ersten Ladung. Hier. Jetzt sieht es wieder aus wie bei der ersten Ladung. Aber ist egal, die nächste wird schöner. Was sagt jetzt das Seegewirk? Das hat 41.000 drin. Dann würde ich eher. Also ich weiß, dass ich mit dem Kran mir wieder einen abasten werde. Von daher kommt das Fahrzeug weg. Ich kriege das einfach nicht hin mit der Kransteuerung. Das ist einfach nicht meins. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und wenn wir einfach mal die, ich habe ja gesagt, unnötigen Fahrzeuge verkaufen. Den einfach mal weg. Den behalte ich. Da werde ich mir einen abasten mit der Kransteuerung. Einfach um euch das auch zu zeigen. Um mich hin und wieder selber zu ärgern. Weil wir da jede Menge Hackschnitzel von machen können. Das kleine kann auch weg. Genau so wie das Auto. Genau. Da weiß ich nicht, was ich damit anfangen sollte. Der Kipper bleibt. Kettensäge bleibt. Forstanhänger. Den können wir auch noch gebrauchen. Den Diesel-Tank weg. Wüsste ich jetzt gerade nicht, was wir damit machen sollten. Dann hatten wir ja noch irgendwas ausgeliehen. Genau den Radlader. Den kaufen wir mal. Und die Zange hatten wir auch noch ausgeliehen. Fuck, ist unser. Ne? Safe. Ist definitiv unser. Wir brauchten über 100.000 Euro für die Fabriken. Dann verkaufen wir jetzt mal diese Ladung Holz. Und wir haben schon fast Mittag. Muss man ja auch dazu sagen. Mit der Geschwindigkeit 10 läuft das hier relativ schnell. Ich glaube, ich muss hier in den Trigger reinfahren. Um zu verkaufen. Ich glaube ja. Ich mache mal einfach die Spanngurte nochmal los. Ich hoffe es zumindestens. War das hier? War das? Ich weiß nicht. Nein. Es hat geklappt. 18.000 Euro. Ich würde gerne. Wie groß ist denn die nächste Produktion? Was können wir nicht? Wir haben kein Metall. Kein Metall. Bodenbelagsfabrik. Ich glaube, ich lasse mein Haus doch eher am Po der Welt. Damit ich hier die ganzen Fabriken platzieren kann. Ha, ha, ha. Da ist Abladepunkt. Hier ist das. Da. Naja, wenn ich hier mein Wohnhaus. Da die ganzen Fabriken. Das ist auch Käse, ne? Hier habe ich die ganze Zeit Holz weggemacht. Ich glaube, ich versetze eher mein Wohnhaus. Ähm. Wohnhaus. Wohnen. Invest. Wohnen. Platz. Ort. Stelle. So. Ich glaube, ich lasse das Häuschen da mitten im Wald stehen lieber. Als mich hier bei den ganzen Fabriken dann niederzulassen. So, und wir haben die nächste Fabrik hier. Dafür brauchen wir lange Bretter und Bretter. Wird auch genau hier produziert. Ja, wir haben schon tausend Liter Bretter und lange Bretter. auch wieder ein, ich würde einfach einen Ingame-Tag warten. Und dann können wir auf jeden Fall die Fabrik befüllen. Und haben dann auf jeden Fall definitiv genug, damit die Produktion auch ein bisschen laufen kann. Das heißt, ich würde aber die nächste Ladung Holz auch gerne noch verkaufen. Bis wir denn irgendwann so viel Holz haben. Ähm. Oder so viele Produkte haben, dass wir Holz nicht mehr verkaufen müssen, sondern in die verschiedenen Fabriken geben können. Ne? Wo ist ungefähr mein Plan? Dann haben wir vielleicht auch schon ein bisschen Fläche abgerodet. Wo man Landwirtschaft betreiben kann. Vielleicht. Betonung liegt auf vielleicht. Wir sind ja fleißig dabei. Und es wird gar nicht hier noch ein paar Tage dauern, bis wir alle Holzfabriken zusammen haben. Da, 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 da. Jo. Tippitoppi. Jo. So, probieren wir gleich mal die nächste Ladung. Also mit dem Radlader kriege ich das definitiv besser hin. Ähm. Und auch schneller hin als mit dem Kran. Ich hätte gerne den mega großen Haufen hier. Ja. Den würde ich ganz gerne komplett mitnehmen. Gut, einen kleinen habe ich jetzt da liegen gelassen. Damit kann ich leben. Ab auf den Hänger. Ich könnte natürlich jetzt auch immer mit dem Radlader hin und her fahren. Aber das wäre ja nicht so, ne? Ich will ja ein bisschen üben. Ich muss ja üben. Wunderbar. Ich will, beziehungsweise ich muss ja ein bisschen üben, wenn wir denn Ewigkeiten weit weg sind. Ähm. Von den Fabriken. Dass ich da natürlich das auch hinkriege. Ähm. Die Bäume zu beladen. Kommt die drei hier rauf. Ja, ne? Ja. Guck mal. Wir räumen den Wald auf. Nichts ist mehr für uns sicher. Nichts. Auch der letzte Baumstamm wird mitgenommen. Ich finde, das sieht definitiv besser aus als vorher. Gucken wir die Gabel nochmal ein bisschen auf. Nehmen wir das auch noch mit. Die kleinen Stöcke können wir später einfach per Hand rausschmeißen. Das ist, finde ich jetzt, nicht allzu tragisch. So. Den hätte ich ganz gerne auch noch mitgebracht. Mal gucken, ob es klappt. Einfach mal wieder abladen. Genau. Zusammen schieben. Ich spiele die ganze Zeit mit der Kamerasteuerung, ne? Entschuldigung, wenn ihr verrückt werdet. Juhu. Es klappt doch echt wunderbar. Ich bin echt begeistert gerade von mir. Oder von den Fähigkeiten des Radladers. Einmal. Kriege ich das jetzt hin? Ja, ich kriege es hin. So. Nochmal ein bisschen nachgedrückt. Ich bin echt mega begeistert. Also wenn das nicht ordentlich aussieht. Gut, der eine stammt jetzt gerade nicht. Aber wenn das nicht halbwegs ordentlich aussieht. Ne? Dann weiß ich auch nicht weiter. So die kleinen, habe ich gesagt. Können wir oben raufschmeißen. Irgendwo lag noch was. Hier. Äh. Ihr bringt auch noch ein bisschen Geld. Dein Ernst? Sein Ernst. Gott. Fällt er mir einfach. Obst der Hand. Willst nicht, ne? Ich bring dich gleich höchstpersönlich da hinten hin. Wenn du nicht sofort auf den Anhänger gehst. Ich wollte schon loslaufen. Ich wollte schon loslaufen. Ein bisschen Holz haben wir da hinten noch. Ich habe noch einen übersehen. Aber ich würde jetzt natürlich auch gerne nach einer Fräse Ausschau halten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich die Monsterfräse drauf habe. Oder ob ich mir die wieder runterladen muss. Da, 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 da. Hier. Das ist, äh. Also wir haben hier noch jede Menge Möglichkeiten, ne? Irgendwie Holz zu machen. Wir könnten auch mal mit dem Bagger versuchen, Holz zu verladen. Oder irgendwie so. Oder mit dem hier. Der soll auch äußerst interessant sein. Oder ich finde ihn äußerst interessant. Ne? Wir haben mit dem Treckerkrieg wahrscheinlich wieder nicht hin. Einmal niesen. Aber auch mit dem Bagger, mit dem Volvo-Bagger zum Beispiel. Ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, was du bist. Ach, mit dir kann man auch Bäume fällen, ne? Wahrscheinlich. Ähm. Bam, 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 bam. Aber nee. Ich meinte die Fräse. Da gibt es ja noch einen Kopf dazu. Genau. Ähm. Entweder mieten oder kaufen. Oder keine Ahnung was. Das ist so das nächste Invest. Habe ich auch mega Bock drauf. Aber das soll es erstmal wieder für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eine kleine Ecke vom Wald haben wir ja schon weggekriegt. Ähm. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis denne.